Herzlich willkommen zu einem Anwenderbericht über Antriebslösungen von SEW Eurodrive für die Verpackungstechnik. Die Karl Kühne KG zählt zu den größten Herstellern von Sauerkonserven und Feinkost in Europa. Entscheidend für den Erfolg der Lebensmittelverarbeitung ist, dass das Gemüse vom Feld ohne Verzögerung ins Einmachglas gelangt. Deshalb bestimmen die Erntezeiten auch, wann Produktionsanlagen modernisiert werden können und wie schnell sie wieder einsatzbereit sein müssen. Für den Standort in Strahlen nahe der holländischen Grenze gab Kühne einen sogenannten Klotzpacker in Auftrag. Diese Anlage packt mit ihren vier Produktionslinien in einer Stunde bis zu 20.000 Gläser auf Paletten. Der erfahrene Anlagenbauer Gauterm hat das Projekt mit Antriebslösungen von SEW Eurodrive realisiert. Schon auf dem Weg vom Pasteurisieren der Einmachgläser durch den Trockentunnel sorgt das mechatronische Antriebssystem Movigier für den Vorschub. Eine einzige Versorgungsleitung für die Energie- und Steuersignale wird von einer Antriebseinheit zur nächsten durchgeschleift. Ein Antriebscontroller Movifit FDC kann bis zu zehn Movigier-Einheiten ansteuern. Das spart Platz und vereinfacht die Anlage radikal. Kühne verarbeitet im Klotzpacker viele unterschiedlich große und schwere Gläser. Ermöglicht wird das durch eine Komplettlösung von SEW Eurodrive mit der Motion Control Steuerung MovipLC. Sie beinhaltet eine integrierte Bahnsteuerung für alle gängigen Standardkinematiken und errechnet optimale Lagenbilder und Bewegungsprofile. Die Produkte werden schonend durch die einzelnen Portale geschleust. Mit der Engineering Software Movitools Motion Studio lassen sich viele anspruchsvolle Motion Control Aufgaben durch Standardbausteine vorkonfigurieren. Die Einheiten sind dann schon betriebsbereit. Für die Inbetriebnahme muss nur noch die Zahl der angeschlossenen Achsen und deren genaue Funktion parametriert werden. Servomotoren der Baureihe CMP von SEW Eurodrive sorgen für schnelle und präzise Bewegungen. Die Motoren werden durch die intelligenten und leistungsstarken Mehrax-Servoregler MoviAxis angesteuert. Das Anlagenkonzept von Gauterm und die Antriebslösungen von SEW Eurodrive stellen sicher, dass die hochwertigen Lebensmittel von Kühne frisch vom Feld optimal verarbeitet werden. So kann der ehemalige Hoflieferant, der seit fast 300 Jahren existiert, auch in Zukunft seine Kunden in über 50 Ländern zufriedenstellen.